Wir haben als Keynote-SprecherInnen Ruyette Alanda und John Miller. John Miller verbindet beide Tätigkeiten des Kritikers und des Künstlers als Leiter des Studiengangs Art Criticism am Barnard College, eins gegründet von Brian Odeherdy und von vielen Künstlerinnen, wie zum Beispiel auch Hito Steyerl, zwischenzeitlich geleitet. Und der ist auch mit Texten zu linken und rechten Untergründen zusammen mit Marius Barbiers und Christoph Tannert publizistisch tätig geworden. 2012 entsteht Boring the Underground und wurde republished in New Politics of Hate bei EFLUX. Und er hat auch ein Buch veröffentlicht 2008 zur Rekonstruktion einer Öffentlichkeit, die ebenfalls für uns wichtig für dieses Thema ist. John Miller verbringt seit 1991, seit seinem DAAD-Stipendium, jährlich einige Zeit in Berlin und es verbindet ihn eine lange Freundschaft mit der inzwischen verstorbenen Galeristin Barbara Weiss. John Miller, das möchte ich auch erwähnen, hat eine seiner fantastischen, harten, scharfen, verknappenden, herausfordernden Arbeiten in der Gruppenausstellung Ernsthaft Ridiculously Yours, die aktuell in der Bundeskunsthalle zu sehen ist. Und Julietta Arande, die mit ihm ins Gespräch kommen wird, hat nicht nur studiert, was wir erst festgestellt hatten, als wir ein gemeinsames Vorgespräch geführt haben bei John Miller, sondern sie sind auch ansonsten inhaltlich sehr stark verbunden. Als mexikanische Konzeptkünstlerin und Beitragende und Herausgeberin von EFLUX ist sie in Berlin und New York lebend auch als Filmemacherin in Erscheinung getreten und ist immer wieder mit ihrem künstlerischen Wollen und Suchen jenseits der Grenzen des Objekts ganz wichtig für auch eine Veränderung der Kunst, die auch zu einer Veränderung der Kritik führt, die sie gleichzeitig in sich verkörpert. Und durch das Bemühen, also schwer fassbare Konzepte wie Zeit, wie Zirkulation und wie Imagination zu erfassen. Ihre Installationen untersuchen häufig soziale Interaktionen. Vielleicht darf ich noch Intervalls von 2009 erwähnen, eine Einzelausstellung, die sie mit Werken im Salomon-Guckenheim-Museum hatte. Als wir John Miller fragten, ob er die Keynote für diesen Tag halten würde, mit Royetta Alanda, meinte er, ah, Royetta wollte ich schon lange mal wiedersehen. Die hat 2006 bei mir studiert. Als wir Royetta Alanda fragten, meinte sie, John wollte ich schon lange mal wiedersehen. Ich habe 2006 bei ihm studiert. 2006, glaube ich, wurde Facebook eingeführt. Oder war es YouTube? 2006 begann langsam eine neue Logik der Öffentlichkeit zu übernehmen. Und hat, wie New Models letzte Woche in ihrer Keynote dargelegt haben, die Möglichkeit zu kommunizieren, zu kritisieren oder sich überhaupt auf gemeinsame Gegenstände zu beziehen, grundlegend in Frage gestellt. Und ich glaube, ja? Ja, nur ganz kurz, vielleicht darf ich noch Time Bank erwähnen, weil jetzt gerade digitale Plattform, von digitaler Plattform die Rede ist. Also wo jeder im Kulturbetrieb etwas beitragen kann und soll, auch eine Frage, die uns heute beschäftigen wird. Gut, dann freuen wir uns auf euren Beitrag. Viel Vergnügen mit Royetta Alanda und John Miller. Applaus Applaus Ich nehme an, das Mikrofon, Ja, doch, sieht ganz so aus. Du fängst an. Zunächst mal vielen Dank, Claudia und Angela, für die Einladung an uns, dass wir hier die Keynote anbieten können. Danke an alle, auch an die Akademie der Künstler, die dies ermöglicht. Danke für Ihre beiden großzügigen Einführungen. Sollen wir mehr über uns erzählen? Also ich glaube, ich bin schon gut abgedeckt worden. Ich könnte noch eines hinzufügen. Liegt vielleicht auf der Hand? Mit meinem Text auf den rechtsgerichteten Untergrund, die Politik des Hasses. Da war Violetta wirklich ganz maßgeblich beteiligt mit ihrem Projekt zum EFLUX. Ja, das ist schon interessant, mit dir zu sprechen. Ich habe gerade darüber nachgedacht, gestern auch, wenn man hin und her pendelt zwischen der Welt der Kunst und der Welt der Kritik, als Denker und Kommentator. Was du ja machst, das war für mich ganz wichtig, als ich EFLUX-Turnal anfing, dass man eben in unterschiedlichen Räumen zu Hause ist. Was mir immer wieder auch auffällt, ich habe gerade darüber nachgedacht. Vieles von dem, was ich geschrieben habe und die als besonders wichtig angesehen werden, waren gar nicht Dinge, die ich angestoßen habe. Zum Beispiel, als ich am Underground arbeitete, da waren es Christoph Tannert, die das anstießen und Mais Matthias. Ich habe dann auch eine erweiterte Fassung der Arbeit von Mike Kellis durch Own Books veröffentlicht. Sie hatten mich aber angeregt. Das war kurz nach dem Selbstmord von Kellis. Ich habe da eine Art Nachruf geschrieben. Ich glaubte, damit wäre das abgetan. Das war ein emotional hoch aufgeladener Moment. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis ich diesen Vorschlag aufgreifen konnte. Aber es war nichts, was von mir ausgegangen wäre. Ich führe das nur an, weil ich glaube, dass das in gewisser Weise ein Beleg dafür ist, dass Kritik nicht irgendeine Solo-Darbietung ist. Wenn ich mal versuche, einen Einstieg in unser Stück zu finden. Etwas von dem, was das Projekt wirklich inspirierte, war, dass wir diese Portalfunktionen beim akademischen Publizieren abschaffen wollten. Wir wollten einige Fächer ineinander verfließen lassen, die sonst nicht miteinander sprachen. Zum Beispiel Soziologie und Anthropologie. Viele Geistes- und Sozialwissenschaften. Wir versuchten da wirklich Übergänge zu schiffen. Jay Stoppys hat mich hier sehr angeregt. Ja. Wir wollten diese Schleusen und Zugangsbarrieren entfernen. Vielleicht könnten wir darüber sprechen. Ja, vielleicht könnten wir zunächst über die Frage sprechen, wer kritisiert wen, aus welcher Position, von wo aus. Mein erster Impuls darauf wäre, jeder kann jederzeit von überall her ein Kritiker sein. Jeder von uns, die Anwälte verwenden, immer wieder denselben, Tippensatz, wenn sie von einem Zeugen Informationen verlangen und wenn sie den Zeugen abhalten wollen, dann könnte man sagen, ich bin damit zu Ende, ich habe nichts mehr zu verkünden. Das wäre sozusagen das Ideal. wenn wir uns das im Einzelfall genauer anschauen, dann wird es natürlich komplizierter. Ja, natürlich. Jeder kann Kritiker sein, insbesondere bei gemeinsamen Sektionen. und das ist natürlich, das wir gerade auch erwähnt haben. Jeder kann ein Künstler sein. Ist das nicht der, also wenn man es jeder Künstler ist, dann ist das natürlich auch in gewisser Weise eine Tötung der Kunst und dasselbe gilt für die Kritiker. Und, naja, aber im akademischen Bereich, mindestens in den USA, viele Kunsthistoriker, die versuchen, diese Kunstwerke, die Ready-Mades, zu zergliedern, die merken gar nicht, dass sie ihr eigenes Fach zerlegen und zerstören. Ja, ich habe damals zugehört einem Podiumsgespräch und war selbst auch Teilnehmer. Ich sprach also da von diesem entzergliederten Kritik. Es ist nicht eine Zergliederung, sondern eine Neugliederung der Kritik. Vielleicht braucht man eine Art flexible Wirtschaftsführung. wo eben die Arbeitenden dauernd neue Fähigkeiten erwerben müssen. Das hat ja auch mit dieser verschwimmenden Grenze zwischen veraltet und innovativ zu tun, wo ständig Neues an sich mit Altem verbindet. Wenn wir über Tore sprechen, sollten wir mal vielleicht unser erstes Stück vorführen. Wir hatten da einige Unterhaltungen mit Hillary und wir haben gedacht, wenn wir zurückschauen, wenn wir uns die Zukunft der Kritik anschauen, schauen wir mal zurück auf 1981, eine Arbeit von Richard Serra. Das heißt, der gekippte Bogen, können wir mal den gekippten Bogen sehen, der Tilted Arc. Na, ich könnte ein paar Worte dazu sagen, worum es da geht. Wie bei vielen Bildwerken von Sarah geht es hier um eine Stahlkonstruktion, Cortland Steel. Das ist Portland Stahl, der außen rostet, aber dieser Rost ist dann eine Schutzschicht. Das ist also eine sehr greifbare und eindeutige physikalische Eigenschaft, die man da spürt. Ziemlich groß, 36,5 Meter lang, dreieinhalb Meter hoch etwa, besteht aus Stahl, von einer Stärke von 6,5 Zentimetern. Diese Arbeit wurde mit öffentlichen Mitteln errichtet in Lower Manhattan gegenüber dem Bundesgebäude von Jacob Javad. Dieser Ort heißt Bundesplaza, Federal Plaza. Und kurz danach löste das einen Meinungsstreit aus, der lange andauerte. Viele Menschen äußerten ihr Unbehagen über diese Skulptur. Es gab Debatten, ob man das entfernen sollte. Spannend ist auch festzuhalten, das ist nicht nur irgendeine Plaza, diese Arbeit wurde an der Adresse Federal Plaza 26 errichtet. Also das ist das Gegenstück zur deutschen Ausländerbehörde, wo man eben die Aufenthaltsbewilligungen bekommt. Also man musste nicht, ich musste nicht durch diese Tilted-Arc-Erfahrung hindurchgehen, sondern ich musste durch diese Ausländerbehörde mich durchschleusen lassen. Das war also wirklich eine sehr bekannte Empfindung und das wurde dann wieder evoziert durch dieses Federal Plaza Nummer 26. Also auch die Mitarbeiter haben dort sich beschwert. Sie waren wohl der Meinung, dass dies die Sicht versperre. Ob man wollte oder nicht, es war wirklich ein wirklich niederträchtiges Kunstwerk, dass man wegen, also wirklich ganz gemein, dass man die Leute da hineinstieß, in diese Erfahrung, die unangenehm war. Ich weiß nicht, wie sich Richard Serra dabei gefühlt hat, angesichts dieser hochkomplexen Wogen, dass man da jetzt plötzlich sich damit bemerkt hat. Serra hat die Meinung vertreten, Serra sagte, das sei ein standortspezifisches Kunstwerk. Richard Serra. Was bedeutet das? Was heißt eigentlich standortspezifisch? Tja, es ist ein öffentliches Kunstwerk, ein Kunstwerk, das ganz unterschiedliche Betrachter einbezieht. Das sind ganz unterschiedliche Publikumsmitglieder mit ganz unterschiedlichen Ansichten. Sie haben diese Plaza verwendet wegen der Arbeit, wegen dieses Amtes dort und wegen der Funktion, die dieses Amt ausführt. Das ist ja ziemlich verrückt. Das ist nicht nur so das übliche Manhattan-Getrommel und Geräusch. Nein, spezifisch für diesen Standort ist es eben, die Leute, die sich eben auseinandersetzen müssen mit dieser Arbeit, sind eben eine sehr spezifische Gruppe. Das bedeutet auch, dass es da Arbeitende gibt oder Angestellte in den Bundesbehörden. Es gibt da auch ein Gerichtsgebäude. Also ganz unterschiedliche Zuschauergruppen, die da auf dieses Kunstwerk treffen, die treffen plötzlich auf diese furchteinflößende Mauer, hoch aufgeladen. Die Menschen, die sich bereits mit der Geschichte von Serras Arbeit auskennten, Richard Serra, Ich glaube, er ist gewissermaßen ein Meister darin, erhabene Wirkungen zu erzielen. Das lässt mich an Immanuel Kants Begriff des Erhabenen denken. Das Erhabene, das eben nicht nur schön ist oder angenehm, sondern auch Ehrfurcht und Schrecken auslöst, schreibt Immanuel Kant und Richard Serras Arbeiten klingen darin an. Auch durch eine Geschichte angeleitet, das war nicht nur Serras Schuld. Zehn Jahre, ehe er diesen gekippten Bogen errichten ließ, gab es die Installateure oder die, da wurde einer dieser Arbeiter durch oder während der Errichtung des Kunstwerkes getötet, erschlagen durch das Kunstwerk. Also diese Kunstwerke haben durchaus ein zerstörerisches Potenzial, das abschrecken kann. Also einerseits kann die Erfahrung da etwas lehren. Ich habe mich damals als Zeitarbeiter, als Leiharbeiter im Bereich technisches Zeichnen verdient. Ich habe damals auch gespürt, Büroarbeiter brauchten einen Raum draußen zu essen, außerhalb des Gebäudes zu essen. Diese Arbeit hat das alles behindert. Ich habe damals nicht in diesem Viertel gearbeitet. Ich habe meistens in der Stadtmitte gearbeitet. Aber ich habe schon verstanden, was das für die Arbeiter dort bedeutet. Die mussten plötzlich woanders hingehen und in New York ist das ja keineswegs so einfach, einen anderen Platz zum Essen zu finden. Wie auch immer. Der Widerstand gegen diese Skulptur setzte ein, als ein Richter Edward D. Ray begann, einen Prozess zur Beseitigung anzustrengen, eine Klage. Und dann begann diese öffentliche Debatte, die darauf folgte. Ich erinnere mich noch ganz deutlich, da gab es die Zeitschrift Oktober, die hat dann eine Petition eingereicht, um den gekippten Bogen zu bewahren. Ich habe das nicht unterzeichnet, weil ich einfach eine andere Ansicht hatte. Es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven. Ja, das war wirklich etwas, wir sprachen darüber, eben diese Arbeit zeigt, auch die Brutalität des Kapitalismus. Aber wenn die Dinge sich ändern und neue Bedeutungen annehmen, dann ist das auch wegen der Brutalität des Kapitalismus. Es ist wirklich hässlich, darüber nachzudenken, schrecklich, ein Kunstwerk zu entfernen. Denn das ist doch eine Art Zensur der künstlerischen Arbeiter. Das ist doch auch ein Vorgriff auf die Kulturkriege, als es diesen Kampf um Finanzierung gab. Und ich habe das nochmal anhand der Daten überprüft, weil ich mich mit den Daten schwer tue. In den USA hatten wir, tja, das wurde damals Kulturkämpfe genannt. Diese Kulturkämpfe brachen 1981 aus. Die konzentrierten sich auf Arbeiten von Robert Mapplethorpe. Die zeigten ganz explizierte Sadomaso-Fotos und doch eine Arbeiten von André Serrano, Piss Christ. Ich habe das eher als eine Andachtsarbeit gesehen. Das war das Bild eines Kruzifixes, eingetaucht in einen Krug voller Urin, so fotografiert, als wäre das Kruzifix mit dieser gelartigen, gelben Substanz fotografiert worden. Die Arbeiten von Mapplethorpe wurden gezeigt. Tja, der Rückschlag begann in Cincinnati, Ohio, in diesem Zentrum für Gegenwartskunst, also diese Institution. Es war wirklich komisch, dieselben Arbeiten von Mapplethorpe wurden im Whitney Museum gezeigt. Ich war schon überrascht irgendwo im Publikum. Ja, das war so aufgedonnert und so blasiert. Einige dieser Arbeiten haben mich noch schockiert, aber niemand hätte gedacht oder vertreten, die müssten zensiert werden. Die Republikaner Partei ist da drauf aufgesprungen, hat ihre Chance gesehen, öffentliche Finanzierung für Kunst in den USA überhaupt zurückzuschrauben. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, jede weitere Haushaltsberatung oder jede reiche Volkswirtschaft gibt mehr Geld aus als die USA für Kunst. Nochmal zurückkommend auf diese Arbeit von Serra, die wurde dann auch von der Federal Plaza entfernt und die ist dann nach New York Upstate verlegt worden, oder? Wie war das? Tja, ist ja lustig. Ruht irgendwo im Depot, wurde nirgends mehr gezeigt, da dies ja eine standortspezifische Arbeit ist. Wenn man diese Arbeit versetzte, dann zerstörte man sie. Diese Kontroverse wirft natürlich die Frage nach Zensur und Meinungsfreiheit auf. Richard Serra vertritt hier das Prinzip der Meinungsfreiheit. Die Entfernung der Arbeit wurde tatsächlich durch ein Gericht verhängt, also nicht Zensur fand hier statt. Zensur ist glaube ich nicht das richtige Wort hier, aber ich würde sagen, Meinungsfreiheit und künstlerische Freiheit wird schon als Problem um diesen Prozess aufgeworfen. Das könnte ja auch die Grundlage oder der Ausgangspunkt für diese Kulturkämpfe der 80er Jahre geworden sein. Tja, eine hochkomplizierte Angeleitung, da haben wir natürlich die Freiheit des Künstlers. Aber wir müssen auch die Wirkung auf die Öffentlichkeit betrachten. Es geht nicht nur um Serra als einzelne Persönlichkeit. Das ist ja ein Minenfeld. Ich würde eines klarstellen. Dieser Widerstand gegenüber der Arbeit, ja, manche haben gesagt, es ist einfach hässlich. Ich glaube, das ist aber eine Fehlannahme. Vor ein oder zwei Jahren habe ich eine Fotografie von der Galerie gesehen. Die Leute haben nicht gesagt, das sei hässlich oder das sei pädophil oder nicht. Die Frage war eher die nach dem richtigen Kontext oder nach dem Kontext und nach der gesellschaftlichen Verwendung von öffentlichem Raum. Also insbesondere bei diesem Raum da ist das, es ist doch lustig zu sehen, dass so eine Arbeit als bedrohlich wahrgenommen wird. John Waters hat in einem Interview mit Serra das ja aufgeworfen. Ich war wirklich überrascht. Ich war das Artforum, das war eine sehr lustige Kombination. John Waters war da. vielleicht wissen Sie nicht, wer John Waters ist. Er hat Pink Flamingos gesteuert oder als Regisseur betreut. Er ist ja bekannt für einige Art sehr ausgepichte und bissige humoristische Arbeiten. Zusammengebracht mit Richard Serra hast du je versucht hinter einer deiner Skulpturen dich zu verstecken und dann hervorzuspringen und zu sagen Buh, das war lustig. das hat er ja gewissermaßen gemacht. Das habe ich so gespürt. Er hat gewissermaßen das gemacht. Ich denke, wir können jetzt weitergehen zum nächsten. Na, wir haben uns gedacht, wir zeigen Ihnen einige unserer Arbeiten, die auch als Kritik fungieren. Also, ich glaube, du könntest mal den Anfang machen. Das ist ein Auszug aus einem vier bis fünf Minuten langen Film. Da geht es nicht so sehr um Architektur, verkörpert in dieser besonderen Arbeit, sondern um die Beziehungen im öffentlichen Raum. Was ist eigentlich öffentliche Kunst? Das ist Thema dieses Filmausschnitts. Bitte jetzt Juliette das Film einspielen. High-tech general imagination imagination that can contemplate the destruction of the planet in the sci-fi escape from its consequences. is Tier alt 破 sinking High-tech where they they come in 寸 in Dos Flu Fun Space Travellers are just constantly losing, refinding their own room shrinking their space and recovering their expansiveness the job of a space traveller is to escape perhaps that's the ultimate luxury for escape to become a profession It turns out that in space you carry your own body-oriented world with you so that up is above your head and down is below your feet and left is this way, right is that way Sorry to burst the sci-fi bubble here but even an economic imaginary requires real human bodies to test the spaces that are being imagined What's up is this way to make it Oh oh Untertitelung des ZDF, 2020 What kind of cities? I mean, can everyone live in them? Ugly cities have great futures. Are you saying that distance is dead? That this is the end of distance. Let's go. 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 habe in Bezug auf defensives Design, also Bänke, auf denen man nicht wirklich sitzen konnte zum Beispiel oder diesen Spitzenstahl, damit die Vögel sich nicht auf der Fensterbank setzen oder auch andere Designmöglichkeiten, die die Menschen daran hindern, sich irgendwo hinzusetzen. Also es ist ja aggressives Distanzieren und wie werden Städte gebaut durch diese architektonischen Fallen? Also nun, was wird denn der öffentliche Raum? Und was ist der öffentliche Raum? Nun, in dem Clip kam ja eine Person vor, in einem orangenen Anzug. Das war Julietta in einer Beschwerenlosigkeit-Simulation. Ja, die hat dort Purzelbäume sozusagen vollführt. Ja, das geht hier auch wieder um die Idee der Orientierung. Nun, welche Positionen nehmen wir ein? Und daran musste ich immer wieder denken. Nun, was hier die Positionen angeht, das hat ja auch viel mit der Geografie zu tun. Aber ich glaube, dass ich das mir für später nochmal aufheben möchte, für den späteren Teil unserer Unterhaltung hier. Vielleicht können wir jetzt zum Civic Center übergehen. Ja, vielleicht können wir hier die Lichter einmal ein bisschen dämmen. Also das ist jetzt eine dreiminütige Arbeit, die ich als PowerPoint-Präsentation vorbereitet habe. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das war das Civic Center. Civic Center ist eine Nachbarschaft in Lower Manhattan, wo ich wohne. Und dieser Stadtteil ist neben dem Javits Federal Building, wo Sarah diesen Bogen installiert hat, den wir vorhin gesehen haben. Und ich habe diese Arbeit entworfen, als Antwort auf die Polizeireaktionen, auf die Black Lives Matter-Bewegung, denn zu Anfang der Pandemie kam es ja hier zu einer wahren Steigerung dieser Bewegung. Es gab hier Konfrontationen zwischen den Demonstranten und der Polizei und die Polizei hat reagiert. Und in dem, nun vielleicht sollte ich hier noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja hier wirklich momentan wirklich in den Dingen des Geschehens. Meine Frau und ich wollten elf Monate nach Berlin kommen, statt während der Pandemie in Lower Manhattan zu bleiben. Und es hat sich ein bisschen wie eine Kampfzone angefühlt. Nach der ersten großen Demo, es gab viele Helikopterhubschrauber, die den ganzen Tag über diesen Stadtteil flogen. Und ich persönlich finde, dass das eine Überreaktion der Polizei war. Und als wir dann wieder zurückgekommen sind, und es gab ja damals schon Barrieren, Absperrungen in diesem Stadtteil nach dem 11. September, primär um hier One Police Plaza abzusperren, denn das ist natürlich das zentrale Polizeirevier in Manhattan. Aber das hat dann metastasiert, es ist wirklich aus dem Ruder gelaufen in den elf Monaten, in denen wir nicht dort waren. Und diese Barrikadenabsperrungen waren für mich eine ungewollte Polizeiskulptur auf eine gewisse Art und Weise. Und außerdem hat das sowohl Schuld als auch Angst repräsentiert. Nun, es scheint, also ich habe natürlich andere PowerPoint-Arbeiten zum öffentlichen Raum gemacht, aber ja, es schien mir eine Art und Weise, hier dieses Problem anzugehen. Also vielleicht ging es, sollte ich hier nicht aufs Große und Ganze eingehen, sondern hier einen konkreten Aspekt des öffentlichen Raums, auf den ich mich konzentriere, und das dann zu nutzen, also wo natürlich ein Teil für das Ganze steht, auf diese Art und Weise, und so kann man das dann extrapolieren. Also man kann dann von diesem kleinen Teil aufs Ganze extrapolieren. Also ich glaube, das war alles, was ich jetzt zu dieser Arbeit zu sagen habe. Aber nun, was ich jetzt finde, was hier interessant ist bei unseren beiden Arbeiten und auch natürlich der Arbeit von Sarah, wir haben ja hier, wir sollen ja hier auf diesem Panel über die Zukunft sprechen und die Zukunft der Kritik und welche verschiedenen Formen Kritik einnehmen kann und was die Funktion der Arbeit ist, aber auch die Funktion politischer Position. Und ich glaube, dass wir jetzt noch einmal zur Folie mit dem Baum, dass wir damit fortfahren können. Das ist ein Cartoon, ein Comic von Ed Reinhardt, einem amerikanischen Maler. Also wie man sich moderne Kunst in Amerika anschaut. Wahrscheinlich können Sie hier nicht die verschiedenen Namen der Künstlerinnen und Künstler sehen, deren Namen auf den Blättern stehen. Das ist wahrscheinlich nicht so gut zu erkennen. Aber es macht sich ein bisschen lustig über die Idee der Kanonisierung und des Einflusses. Nun, im Prinzip sagt es Folgendes, es spricht für eine lineare Reinheit der Kunst und es gibt natürlich einen Zweig hier unten, einen Ast und der wird von verschiedenen Sachen hinuntergezogen. Politische Position zum Beispiel, mexikanische Künstlerinnen und Künstler, das ist auch ein Gewicht, das diesen Ast nach unten zieht. Vielleicht stößt mir dieser Cartoon so ein bisschen schlecht auf. Aber ja, also alles, was quasi Bedeutung vermittelt, anstatt dieser sublimen Natur dieser Arbeit. Nun, also ich habe mich dann immer gefragt, Ja, wie kann man denn, oder wie kann eine Arbeit etwas kritisieren? Wie kann man in den Kanon kommen, der hier aufgezeigt ist? Insbesondere in Anbetracht von dessen, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Also alles zwischen der Dekolonialisierung und dem Neofaschismus. Und was ist denn die kritische Position? Also wie kann man darauf antworten? Wie kann man darauf reagieren? Was ich hier ja ein bisschen komisch finde, und ich weiß nicht, ob Reinhardt wollte, dass es lustig ist, ist natürlich hier der Titel. Wie kann man sich moderne Kunst in Amerika anschauen? Also wenn man jetzt die Position ändern würde, wie würde dann der Baum aussehen? Das ist natürlich eine Frage, die hier aufgeworfen wird. Und ich glaube, dass dieser Comic eine Art, ja, zu einer Art Artifakt wird. Ich glaube, eine der Herausforderungen, den Kuratoren und Kritiker gegenüberstehen, und aber auch das Publikum, also die Betrachter und Betrachterinnen, ist nun, dass man ja anfangen muss, über Kunst aus globaler Perspektive nachzudenken. Und eine der großen Herausforderungen, die sich mir stellt, ist, dass es hier eine wirklich eine Überzahl an Informationen gibt. Also wir, und insbesondere verbunden mit sehr konkreten Demografien, und wie kann man das in einen bedeutungsvollen Kontext bringen? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Ja, ich arbeite ja in einer Kunstgeschichtenabteilung oder Fakultät für Kunstgeschichte, und ja, ich habe es mit Zahlen oder Daten nicht so, aber eine der großen Herausforderungen für uns, die in diesem Bereich arbeiten, ist es natürlich, wie kann man über Kunstgeschichte nachdenken, im Spannungsfeld zwischen Chronologie und Geografie. Also westliche Art ist ja normalerweise in einem chronologischen Matrix angesiedelt, und Kunst aus anderen sogenannten Kulturen wird geografisch kategorisiert. Und die zwei kann man nicht ganz gut kombinieren. Also was ist denn zum Beispiel mit mittelaltertümlicher Kunst in China? Wie kann man das in Verbindung miteinander setzen? Es gibt ja viele Diskussionen über diesen Konflikt, und ich weiß nicht, welche Lösung hier gefunden werden kann, aber ich glaube, dass das imperative Gebot hier ist, eine Art zu finden, diese Dichotomie zu synthetisieren. Also, dass Kunst, die geografisch betrachtet wird, nicht aus der Chronologie ausgeschlossen wird. Also ich glaube, diese Abgrenzung, das ist etwas, was ich immer gedacht habe, dass Serra Skulptur eben tut. Also, wenn wir hier noch Äste zu diesem Baum hinzufügen wollen, oder einen weniger linearen Kanon zu schaffen, der auch durch andere, alle anderen Wirklichkeiten meandern kann, also um nicht nur diese engen totalitären Ansichten zu haben. Also es gibt natürlich eine, es wird gesagt, dass es hier eine direkte Linie gibt, die von der Höllenmahlerei zu Richard Serra geht, und das ist natürlich viel zu viel, wird dann außer Acht gelassen, viele andere Dinge, die geschehen sind. Also das Baumdiagramm könnte vielleicht noch Wurzeln beinhalten. Ja, also es gibt ja auch noch zum Beispiel polynesische irgendwas, das kann ich hier nicht so ganz, ich glaube, polynesische Kinderarbeiten, ich kann das nicht so ganz lesen, polynesisches irgendwas steht da, aber ja, es ist immer noch in einer sehr reinen, funktionalen, direkten Tradition. Also ein Detail dieses Comics, das mir sehr gut gefällt, was Sie vielleicht nicht sehen können im Publikum ist, hier rechts unten gibt es eine Zeichnung von einer kleinen Schnecke und darunter steht Escapist, also dass man etwas, dass man vor etwas fliehen möchte. Also ja, es geht hier um eine gewisse Reihe an Forderungen. Also da steht oben klein geschrieben, wie man auf diese Zeichnung zugreifen kann, und vor allem, wenn man nicht viel über Kunst versteht. Also es gibt hier eine Forderung in Bezug auf, was Kunst für den Betrachtenden darstellen soll. Aber natürlich ist der Inhalt natürlich auch, es stellt gewisse Forderungen, denn es schafft eine Verbindung zu der Öffentlichkeit. Also die Forderung, für die er sich hier einsetzt, ist, dass es Kunst für des Kunstwillens geben sollte. Also das ist die Beziehung, die man vielleicht zur Kunst aufbauen sollte. Und ich möchte hier eine Möglichkeit finden, vielleicht nicht dem zu fliehen, aber wie man vielleicht andere Zweige hinzufügen könnte. Haben wir noch Zeit? Wenn ja, dann wollten wir noch eine andere Sache besprechen. Ja? Okay, wir liegen gut an der Zeit. Super. Also ich möchte noch über die Finanzialisierung der Kunst sprechen, also insbesondere vor dem Hintergrund der kürzlichen Aktivitäten von Umweltgruppen in Museen. Ja, das war interessant, was du hier gesagt hast. Also dieser Aspekt der Finanzierung oder Finanzialisierung. Also vor ein paar Jahren gab es Salvatomundi ein Gemälde und das ist natürlich meine eigene Meinung hier. Also das Gemälde hatte ja einen gewissen Wert und es wurde dann gesagt, nun wahrscheinlich wurde dieses Gemälde in seinem Studio erstellt und außerdem ist es überhaupt gar kein gutes Gemälde. Aber trotzdem war das Werk selber immun gegenüber jeglicher Kritik. Es wurde dann verkauft und ich glaube nach Saudi-Arabien dann geliefert. Also irgendwo zu irgendeinem Hafen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo es genau hingeschickt wurde. Aber es gab dann Kunst als Wertgegenstand. Diese Rolle hat sich hier ein bisschen herauskristallisiert. Ja, und nun, warum haben dann diese Klimaaktivisten dieses Meisterwerk angegriffen? Ich glaube nicht, weil, das war nicht, weil sie Van Gogh hassen, sondern weil, ja, es geht hier um eine Abstrahierung des Werts, das dieses Meisterwerk repräsentiert. In jedem Fall gab es bis jetzt, wurden diese Werke nicht wirklich zerstört. Also es ist ja eher eine symbolische Geste, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll. Heute Morgen habe ich einen Artikel in der Times gelesen. Dort haben Museumsdirektoren sich mit den Problemen befasst, wie man potenzielle Aktivisten identifizieren kann, die zum Beispiel Tomatensuppe oder irgendetwas anderes auf ein Gemälde schmeißen. Und der Artikel endete dann mit einem Interview mit einem Mann, der das gemacht hat, und zwar mit den Sonnenblumen von Van Gogh. Und er hat gesagt, nun, jetzt, ja, also, die Botschaft wurde hier vermittelt, und man muss jetzt hier nicht weitermachen, aber er hat, das fand ich interessant, einige Tests vorher gemacht, um sicherzustellen, dass er das Gemälde eben nicht zerstören oder nicht beschädigen würde. Also er hat dann mit Tomatensuppe geübt und mit Glas und vielleicht einem Testgemälde, um sicherzustellen, dass das Gemälde nicht beschädigt wird. Und was hier auch interessant ist, ist, dass, ja, natürlich hier Aufmerksamkeit erregt wird, aber abgesehen von, ja, der Schaffung eines sichtbaren Bildes, was ist denn, an welchem Punkt hat denn Kunst den symbolischen Wert, ein Meisterwerk zu sein oder das Ästhetische zu repräsentieren und gleichzeitig ein absolutes Beispiel für oder von Geld. Also diese zwei verschiedenen Welten, das ist natürlich einer der Gründe dafür. Und ich glaube, es gibt ja ein Paradox, denn die Betrachtenden schaffen ja den Wert. Die Betrachtenden werden auf gewisse Art und Weise auch zu Arbeitenden. Also es gibt ja eine produktive Kapazität in dem Akt des Anschauens. Das wird dann abstrahiert. Ja, und ich glaube, das erinnert mich auch an den neuen Da Vinci, denn das war kein, dieses, der Wert dieses neuen Werks wurde nicht durch die Anerkennung, durch die Anerkennung des Publikums geschaffen. Ja, das ist ja vielleicht eine Ausnahme und das ist vielleicht hier ein perverses oder spezifisches Beispiel für den Triumph der Finanzialisierung. Aber ich glaube, ja, also es gibt natürlich auch eine, natürlich haben hier natürlich Werke von Da Vinci auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das war natürlich eine späte Entdeckung. Also ja, natürlich, das hat natürlich, es ruht sich so ein bisschen auf den Lorbeeren der früheren Arbeiten aus, ja. Also wir haben ja über den Überschuss gesprochen und die Ästhetik und wo der Wert herkommt und dass die Schaffung des Werts ja auch Teil ist von diesem Ästhetiküberschuss. Und sie haben, oder du hast das tolle Beispiel genannt, dieser geraden Linie oder dieser geraden Straße. Ja, also da musste ich an Westin-Weblins Theorie der Freizeitklasse nachdenken. Und das war, er war einer der Gründer der New School, der neuen Schule in New York. Er war ein Soziologe und ich glaube, er hat in den 1920er Jahren Theorie der Freizeitklasse geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt jetzt, aber er hatte eine puritanische, aber trotzdem sehr interessante Ansicht auf Ästhetik. Denn er hat alles, was ästhetisch war, für einen Schlüssel zur Klassenhierarchie befunden. Und in Theorie nun, er hatte ein Kapitel zu den Geldstandards des Geschmacks in diesem Buch und hat gesagt, dass Geschmack durch Wohlstand geschaffen wird. Er hat dann ein Beispiel genannt, nämlich eine gerade Straße und eine Kurwegenstraße, die gerade Straße ist natürlich die effizienteste und die kosteneffizienteste oder kosteneffizienteste. Und er hat gesagt, dass jemand, der eine kurvige Straße baut, zeigt, dass eben hier auch Kapazitäten für Verschwendung, dass diese Personen Kapazitäten für Verschwendung haben. Und das symbolisiert dann die höhere Position dieser Person in der sozialen Hierarchie. Die Frage, die mir da in den Sinn kommt, ja, das ist etwas Angenehmes angesichts dieser Krümmung in der Zufahrt. Das Problem bei diesem Argument ist aber, dass hier eine Äquivalenz hergestellt wird zwischen Verschwendung und Vergnügen. Ich würde sagen, Vergnügen oder Freude am Kunstwerk ist nicht Abfall. Tja, wie soll ich das sagen? Das hält einfach nicht, was es verspricht. Es geht hier um Klassenkonflikte. Es gab diese Art von Beziehung zwischen einer intellektuellen Linken und der niedrigeren Klasse. Das ist ja hier ein Konflikt, in dem das Vergnügen oder die Lust niemals mit einbezogen wird. Ich frage mich, ob wir Zeit haben, jetzt noch über Lust zu sprechen. Wie schaut es denn aus? Na, wollt ihr vielleicht Fragen zulassen? Das wäre jetzt toll, denn in fünf Minuten haben wir ja schon den nächsten Programmpunkt mit einer Verzögerung von fünf, zehn Minuten. Also lassen wir mal den Spaß beiseite. Hat irgendjemand da Fragen oder Kommentare anzubringen? Vielen Dank. Ich möchte euch danken für die Art, wie ihr diese Keynote durchgeführt habt. Nicht als vorformulierten Text, den ihr uns an den Köpfen geworfen habt, sondern eine Art Verletzlichkeit habt ihr gesagt. Vielleicht darf ich eine schwierige Frage stellen. Ich habe gesehen, dass der Begriff der Flucht mehrfach auftauchte. Julieta Aranda hat gefragt, können wir irgendwo hinfliehen? Auch bei John Miller, wie er sein Werk evoziert hat. Als Black Lives Matter auftauchte, sind wir sozusagen nach Berlin geflohen. Also dieser Eskapismus, auch diese kleine Schlange, die bei Ed Reinhardt zu sehen war. Ich habe in Paris gelebt. Ich bin in das 19. Arrondissement gezogen. Eine Art sehr proletarische Gegend. Da gibt es eine aggressive Grundstimmung. Und die Leute versuchen immer wieder, diese Szene in den Griff zu bekommen. Als ich dann nach Wien zog, hatte ich auch das Gefühl, ich floh vor dieser Realität. Zugleich aber hatte ich mir doch vorgenommen, diese Realität wirklich zu umarmen und vielleicht auch zu verbessern. Was ist eure Beziehung zu dieser Vorstellung einer Flucht von dieser Umgebung? John, also eine Art Ausweichen vor dieser Bewegung. Wie kannst du das aushandeln in deinen künstlerischen Arbeiten? Wie schafft man das eigentlich? Wie reagiert man darauf? Mir wurde das auch klar. Also ich bin da irgendwie geflohen. Ich habe mich in Sicherheit gebracht. Ich habe mich in den Büschel geschlagen. Möchtest du da antworten? Ah, ich weiß nicht. Tja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe jetzt gerade einen Blackout sozusagen. Mir fällt nichts ein. Ich würde sagen, man kann nicht vollständig fliehen. Was nun New York angeht. Ich hatte immer die Vorstellung, dass ich auch zurückkehren würde. Ich glaube, die Frage lautet in Julietas Arbeit, wenn man da die Leute denkt, die zum Beispiel in den Weltraum hinausfliegen. SpaceX kann wie eine Flucht erscheinen, dann aber kommt ja auch die Rückkehr. Sogar der Gedanke einer Kolonisierung des Weltraumes angesichts dieser Klimaerhitzung, wenn plötzlich die Erde in Flammen aufgeht. Das ist immer noch eine Art Fantasie, also eine weit in der Ferne liegende Fantasievorstellung. Ich glaube, dieser Gedanke der Flucht und der Gedanke des Eskapismus ist doch etwas anderes. Aber ich glaube, meine PowerPoint-Präsentation hat das auch sichtbar gemacht. Ich hatte da jetzt keine fest umrissene Vorstellung, als ich dieses Stück begann. Was ich verpasst habe auszustellen oder auszuführen, Civic Center, das war eine Art Euphemismus. Das war ein Entwicklungsgebiet von Immobilienhaien für eine Gegend, wo es hauptsächlich Gefängnisse, Gerichtsgebäude geben. Und unmittelbar daneben liegt der Chinatown. Man spürt da wirklich, dass diese Gebäude da sind. Entweder mit Bevölkerungsgruppen, die im Gefängnis stecken oder Menschen zum Beispiel, die deswegen in Haft sind, weil sie die Kaution nicht zahlen können. Also wenn man da verhaftet wird, dann muss man eine Kaution hinterlegen, um eben aus dem Gewahrsam wieder freigelassen zu werden. Also die Leute, die aufgrund bestimmter Umstände einfach nicht genug Geld haben, um sich freizukaufen. Also das ist auch eine Art Unentrinnbarkeit. Da gab es auch einen Ausbruch aus einem Gefängnis nahe unserer Wohnung. Ein Hubschrauber landete dort auf dem Dach eines Gefängnisses und nahm Gefangene in Gewahrsam, die entflohen waren. Jeffrey Epstein hat in dem Gefängnis neben unserer Wohnung Suizid begangen, so wie es aussah. In einem Gericht in der Nähe unserer Wohnung war Al Chapo, der mexikanische Drogenboss, vor Gericht gestellt und viele andere Leute auch noch. Ich glaube, es war Sarah Palin, stand dort auch vor Gericht. Darf ich jetzt? Ja, okay. Um über Flucht zu sprechen. Mir ist ganz persönlich auch was passiert, 2016. Natürlich bin ich mehrfach umgezogen, geografisch umgezogen. Ich hatte immer auch das Gefühl, dass ich vor einem Ort geflohen bin. Also zum Beispiel angesichts dieser Wartung, benimm dich endlich mal wie ein anständiger mexikanischer Künstler 2016. Da gab es eine Wahl in den USA, die ganz stark um eine Mauer kreiste, also um diese Mauer zwischen USA und Mexiko. Ich hatte also geglaubt, einer Sache enttronen zu sein, die aber dann wiederkehrte. Also sie war unentrennbar. Das zeigte diese Unmöglichkeit der Flucht. Aber immerhin die Möglichkeit, weiterzugehen oder drüber hinwegzugehen. Ich denke, das ist eine Art kritische Widerständigkeit gegenüber dem, was man eben gerade besetzt hält. Vielen Dank. Vielen Dank.